Das Schöne an dieser Sendung, liebe Zuschauer, wir werden durch Ihre musikalische Mittippe manchmal auch Interpreten aufmerksam gemacht, die man nicht mehr so häufig auf dem Bildschirm sieht. Dabei hat er gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin Sandra Mo eine ganze Generation begeistert. Schreibt uns Familie Prinkmann aus Freiburg. Und ein Jubiläum gibt's auch zu feiern. 30 Jahre steht er nun schon auf der Bühne. Wo sind die Jahre hin? Guten Abend, Jan Gregor und dazu Tänzer von unserem MDR Deutschen Fernsehballett. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ein sehr fröhliches russisches Volkslied hören Sie jetzt an authentischer Stelle, auf sehr authentische Art vorgetragen von Jan Gregor. Musik Hey, komm, tanz da, wie du weißt, was wir in Feiern für uns heißt. Hey, komm her und gib mir deine Hand, denn kein Name zählt kein Land. Hey, komm, tanz und zieh mir ins Gesicht, wo ich herkomme, frag mich nicht. Nimm mich einfach so, wie ich bin, bevor wir weiterziehen. coincaut, lass du, sag, lass du, sag, lass du, sag, lass. Die Lieder der Roma gleichen roten Rosen auf Schnee. Ich lasse mich überraschen, bitte schön. Ja, meine Damen und Herren, in den Liedern der Roma spiegeln sich, wie Sie gerade gehört haben für Jan Gregor, Leidenschaft und Sehnsucht, Kraft und schlichte Schönheit. Und vielleicht lassen auch Sie sich so ein bisschen verzaubern von der Poesie einer nicht alltäglichen Musik. Ja, meine Damen und Herren, in den Liedern der Roma spiegeln sich, Ja, nur lieb, schätzchen, doch, eh, hoi, pote, so, ich kann, Romanen, jetzt ja, Idiot. Alle Menschen, gleich aus welchem Land, suchen die Wärme einer Hand. Blumen suchen den Weg ins Licht, doch ohne Sonne finden sie nicht. Ein Leben ohne Liebe, so ein Leben wäre, wie Leben ohne Licht, woran die Menschheit zerbricht. Oh, nie, wie sie nicht. Oh, nie, wie sie nicht. Oh, nie, wie sie nicht, die Wärme einer Hand. Oh, 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 dass das Sonnisch entleert, gröhm, ab dem Liedern der Roma spiegeln sich, Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Amen.